Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Zug von DB Regio Schleswig-Holstein. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Ich habe gesagt, ich habe gesagt, auch an der schwarzen Nummer. Jetzt einfach nur damit ein Bild, weil man weiß, ob es geht. Weil, ja, wir kommen hier an der ferten Ecke. Da, wo wir den Schenker laufen müssen. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sieger 2019, der Jubiläumssieger der 20. Marathon. Unsere drei schnellsten Damen auf 7,5 Kilometer. Unsere beiden schnellsten Männer auf den 7,5 Kilometer. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.